Tja, was machst du jetzt als Kanzler? Bleibst du ruhig und sachlich oder bist du emotional? Und es geht mir tatsächlich um die Sache in Israel und wie würdest du als Kanzlerin oder Kanzler reagieren? Wenn ich Olaf Scholz sehe, dann denke ich so, der ist körpersprachlich sehr angespannt, gleichzeitig kommt er für mich hanseatisch kühl rüber. Es gibt die Körpersprache, den Inhalt und die Stimme. Und ich überlege einfach, wie würde ich reagieren an der Stelle des Kanzlers? Würde ich auch so hanseatisch kühl reden oder wäre ich nicht emotionaler? Und schreib mir gerne mal in den Kommentar rein, wie du an seiner Stelle reagieren würdest, wenn es um das Thema Israel geht. Da hast du diesen Angriffskrieg, da hast du diesen Terroranschlag, wie immer das beschrieben wird. Und du hast halt Menschen, die sterben. Du hast eine große Gefahrenquelle, der Nahe Osten brodelt, was da alles passieren kann. Aber ich gehe weg von der Politik. Mir geht es tatsächlich darum, wie würdest du reagieren? Wie reagierst du als Kanzlerin, als Kanzler, wenn du sowas hast? Denk mal dran, damals der, ich weiß gar nicht, war es der Hammersführer oder so, der in Berlin war, der dann was gesagt hat zum Thema, er vergleicht das mit dem Holocaust und der Kanzler sagt dazu nichts. Er bleibt relativ stur stehen an seinem Pult, ohne große Reaktion und ich sehe nichts Emotionales. Jetzt kannst du sagen, na klar, das ist ja auch eine Stärke, nicht emotional zu reagieren. Man muss ja ruhig bleiben, man muss entspannt bleiben, man muss immer fokussiert bleiben. Ja, gehe ich mit. Gleichzeitig wünschte ich mir so, dass mal auf den Tisch gehauen wird und gesagt, jetzt ist aber Schluss an der Stelle hier, jetzt muss es auch mal anders gehen. Ich wünschte mir, dass auch mal jemand aus der Haut fährt, um zu sehen, hey, da ist ja ein Mensch. Und deswegen, bleibst du sachlich oder wirst du emotional? Wenn ich überlege, du hast so eine Situation, dass du sagst, ich stehe dahinter oder ich verweigere oder was immer das ist, dann wünschte ich mir mal, dass jemand emotional ist und möglicherweise kann auch der Kanzler emotional sein, nur öffentlich zeigt das nicht. Und interessant ist, vielleicht sind da Zwänge, vielleicht sind da Dinge im Hintergrund, die wir nicht kennen, vielleicht sind da Dinge, die wir einfach nicht erkennen. Und ich will, ganz wichtig, ich will nicht maßregeln und ich will auch nicht sagen, du musst mal, weil ich kann nicht erkennen, was gibt es im Hintergrund für Dinge, die ihn einfach zu diesem Verhalten zwingen oder bringen. Aber die Frage ist doch, würde etwas Emotionales vielleicht ein anderes Zeichen nach außen setzen? Würde es emotional ausgesprochen ein anderes Zeichen an die eigene Bevölkerung setzen? Und das sind so Dinge, wo ich dann echt überlege, würde ich es anders machen? Tatsächlich ist es so, dass ich sehr, sehr lange sachlich bleiben kann. Dass ich, na gut, wir sind immer emotional, aber dass ich relativ emotionslos bleiben kann. Gleichzeitig ist es so, wenn es dann mal emotional wird, kann ich auch gut. Die Frage ist, hilft das im staatsmännischen Dialog? Hilft das in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, mit anderen Ländern, mit anderen Glaubensrichtungen? Und ich überlege einfach, was gibt es da, was ich nicht sehe, was den Kanzler zu diesem Verhalten bringt? Stell dir mal vor, du sprichst im Fernsehen vor, weiß ich nicht, x-tausend, x-millionen Menschen. Und dann sitzt du da, meine Damen und Herren, das ist eine schwerwiegende Situation, die wir gerade haben. Und da denke ich immer, ja, kannst du machen. Aber irgendwann kannst du auch mal rauskommen und sagen, und deswegen wünsche ich mir, dass wir... Und dann wünsche ich mir einfach, dass die Stimme mehr Kraft hat. Es geht nicht um Lautstärke, es geht darum, dass die Stimme mehr Kraft hat und mehr Durchsetzung da ist. Mehr, ja, mehr Initiative, mehr Energie. Mir ist es tatsächlich oftmals zu energielos. Mir ist es so, ja, wie soll ich sagen, das ist so, so, ja, dahin gewabert. So nach dem Motto, ich muss hier gerade noch mal kurz was sagen, aber ja, ja, es betrifft mich ja nicht ganz. Bitte, es ist eine ganz eigene Meinung. Mag sein, dass es komplett anders ist. Aber es fühlt sich manchmal lethargisch und energielos an. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn er emotionaler wäre. Ich hatte schon mal ein Video gemacht, da ist er ja tatsächlich, da gab es, ich glaube, Gegendemonstranten, die weggeflippt sind. Und da ist er mal aus der Haut gegangen. Und ich fand das gut. Ich wollte sehen oder ich habe gesehen, ja, da ist ein Mensch und das hat mir gefallen. Ob das was gebracht hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, es hat ihm viel Zustimmung gebracht. Interessant ist, bleibst du sachlich oder emotional, egal wie, es wird was mit deinem Vortrag machen. Es wird was mit deiner Rede machen und es wird was mit deinen Zuhörern machen. So und wenn du sagst, naja, eigentlich ist das mal eine interessante Sache und ich würde mich mal informieren, wie kann ich eine Rede halten. Unten drunter ist ein Online-Kurs, vielleicht hilft er dir. Nee, der hilft dir garantiert, bin ich absolut sicher. Und ich freue mich, wenn du mal reinguckst und dir da einfach Informationen ziehst und ja, bitte setze um, damit deine Reden, deine Vorträge einfach richtig gut sind. Egal ob sachlich oder emotional, du wirst was mitnehmen. Viel Erfolg und ich freue mich, wenn du demnächst wieder dabei bist. Egal ob sachlich oder emotional, du wirst was mitnehmen. Egal ob sachlich oder emotional, du wirst was mitnehmen.